So, let's go. Ich bin ganz ehrlich, von mir aus können wir jetzt auch wieder gewinnen. Ja, der Junge, der hat Raum gelockt. Der hat einfach in meinen Augen gesehen, dass ich Lucian spielen will. Der hat einfach einmal kurz... Oh, das riecht nach Lucian doch. Wobei, ich fände es halt eigentlich auch so solidarisch, wenn du jetzt auch einfach nochmal auf die Wand droppst. Halt deinen Maul. Ich höre immer wieder ein Game. Du wirst schon im Chat geflamed. So sagen alle schon, der Duel Mate ist es nicht mehr. Weiß nicht, ob wir das hier machen sollen, Tobias. Das ist doch Ibiza-In, oder? Ja, ich... Also... Oh. Aber Braum-Passive ist schon krass. Ja. Aber ich hätte halt schon dabei sein dürfen sollen. Ich weiß nicht, was hier der Plan ist. Aha. Ja, gut. Okay. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben. Also ich komme halt auch her. Ja, aber wir verpassen halt zu finden. Das ist halt auch die Iräa da, das ist das Problem. Ja, wir fighten das einfach. Ich komme, ich komme, ich komme. Oha, das gibt nur, wenn ich da bin. Das könnt ihr auf jeden Fall aufhalten. Ja, ja, mach, mach, mach. Oha, so, nicht sterben. Ach, endlich bin ich wieder da. Der alte Phil, der ist zurück jetzt. Wirst du mit denen? Danke. Ich bin zurück. Jojo. Ne, das war alles der Braum hier. Mit dem Invade. Ach, sei mal leise jetzt. Aber ganz gut, wenn ihr noch überlebt. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, das hat ein bisschen wehgetan. Nee, ich bin nicht ehrlich. Die haben doch bestimmt kein Flash mehr, oder? Ich glaube, ja. Ich bin nicht bisher bei Nautilus. Oh, wenn der ist nicht erdrückt, ist er immer dead. Ich baue jetzt mal nicht Sanguine Blade. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Vinoid Evolution nur habe, weil ich krass auf Evolution bin. Nicht, weil Sanguine Blade ein gutes Item ist. Markus Wolke, Alter. Ach, Kolke. Komplette Legende. Ich finde, ich bin doch gut. Markus Kolke ist einfach im Clan Markus Kolke Number One. Der Junge ist confident. Gefällt mir. Informiert mich kurz. Ist Markus Kolke irgendeine Figur, dessen Namen man nicht erwähnen sollte? So aus dem, keine Ahnung, Dritten Reich oder so? Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich kenne diese Person nicht. Ich assoziiere nicht mit dieser Person. Aber er spielt einen guten Braum. Weißt du, ob die Vision River haben? Keine Ahnung, ich stelle einfach rein. Jo, klasse. Ich bin hinter dir. Ich habe deinen Rücken. Boah, Braum auch. Dann nehmen wir ein Auto los, ne? Das ist ein Sicherer. Lass ich dir sogar. Legende. Soundplamer, Soundplamer. Alter. Ist das, ist das, ist das dieser Sola? Ist das dieser, ist das dieser, ist das dieser, ist das dieser ADC? Dieser keckige ADC. Ich bin hier bei Spin, oder? Genau, der ist das. Ich komme hier jetzt runter, können wir gleich Drake machen. Oh, Markus Kolke, Junge. Wer ist dieser Mensch? Noch nie so einen krassen Braum gesehen in meinem ganzen Leben. Markus motherfucking Kolke, die Legende. Ja, ich kriege den Drake hier aber noch, hoffentlich. Die kommt, die kommt. Ich kann leider nicht helfen. Team. Sorry. Nein. Guck mal, guck mal. Da habe ich nicht mal hingeguckt, weil ich wusste, dass du den kriegst. Meinst du, der Jin hat Spaß in dem Game? Kurzer, kurzer Lagebericht. Level 4, 26 CS. Ich glaube, ich muss den da mal persönlich einfach nochmal fragen. Deswegen, ne? Komm runter. Können wir den mal verhören. Jawohl. Ich habe Ult ready. Die sind Level 4, was haben die denn gemacht? Wir haben gegen Markus Kolke gequeet. Großer Fehler. Ne, ich komme auch. Ich komme auch. Joa, Alter. Markus motherfucking Kolke, der macht keine Späßchen, Alter. Da gibt es keine alten Sachen. Lee Sin hat keinen Kick. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Leute, ich habe das Gefühl, Sanguine Blade hat mich nur zurückgehalten. Oh, Nivir ist wieder dead. Nivir. Na, wobei? Du warst ein kleiner Klauen. Starker Wall. Naja, nicht so stark. Wir sind auf dem Weg. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Wir kommen hier oben. Ja. Äh. Ja. Das war der Expresso auf jeden Fall. Da komme ich leider nicht dran. Oder hier Redmung. Ich glaube, es suckt. Oh, Jin is around. Ich mache gerade Greg. Okay. Ah, Markus. Ich dachte, wir schaffen das. Aber wir haben es nicht geschafft. Wenn ich spinne, der. Oh, das ist aber gut. Das ist gut. Oh. Das ist richtig gut. Ich stehe den auch noch? Das ist Nash. 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 Nivea auch noch mit dem Solo-Kill. Ah, Nivea ist unser Brother, Alter. Ja, Nivea hat gerade Tobi1 den Solo-Kill geholt. What the fuck? Kompletter Giga-Smurf. Don Shards, Alter. Don Farts. Ja, ich glaube, da wechseln sich zwei Personen gleichzeitig ab beim Spielen. Das ist ja ruhig das Gefühl. Naja. Absolute Legende. Nice. What the fuck? Ja, ja. Da wechseln wir zwei. Don Farts, Alter. Don Farts und Markus in einem Team. Wie können wir das überhaupt verlieren, das Game? Muss im Prinzip nur Mechit für mich spielen jetzt, ne? Wenn du Rise dodged, blockst und loot blockst. Mach' ich alles kaputt. Ich werd' komplett'n Bodyguard machen für dich. Markus macht das Gleiche. Ich hab' meine eigene Armee. Die werden jetzt resetten wahrscheinlich. Ja, die werden resetten. Wir können höchstens wie gleich wen catchen, wenn der hier langkommt. Ich weiß, er hat auch gleich drei Items, das schmeckt. Die gehen hier rein? Kannst du kommen? Ja, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Nice. Ich hab' keinen Heal. Ich hab' Combo und zwei. Wo wir jetzt dann nie wer kommt. Ich bin hier noch undercover. Oh, Gin Troll. Gin Troll. So. Ja, wir können hier sonst auch einfach ein Reset nehmen. Oh. Ja, ich komm' nicht mehr rein. Okay. Mein Gott. Nein, wir können das nicht pushen, glaub' ich. Oder? Ja, ich glaub' schon. Glaub' ich schon nicht. Ja, okay. Ich hab' gehört, der Rise kann das einfach. Ja, der Litzen ist auch toll. Ne, es wird. Okay. Okay, jetzt sollten wir... Das ist Gaming und ja, was machen. Aber pass auf, dass der nicht... Markus ist im Bodyguard wieder. Markus, die Legende, Alter. Junge Markus, ich liebe dich, bitte. Heirate mich. Heirate mich. Markus, was bist du für ein Gott. Nice. Spawn jetzt aber alle wieder. Oh mein Gott. Und die Minions töten mich. Okay. Das Spiel kommt auch wieder rein. Rise ist halt noch ein Tod. Ich muss halt weg. Sollte aber den Drag nehmen, ja. Ja, das schmeckt jetzt halt auch richtig gut. Was mit Rache. Bei Explosion. Ja, das ist völlig fein. Oha, dreimal Locker 4. Weiß noch am Leben. Ich hätte wahrscheinlich einmal auf den Rise gehen sollen. Oh, ist egal. Sollte aber trotzdem Game sein. GG. 35 Games sind zwei Kills. Äh, andersrum. Warte mal. Aber Markus, holy shit, Alter. Markus, motherfucking Kolke. Wenn der kein GG kriegt, dann weiß ich auch nicht mehr. Was ist los bei ihm? Jawohl, Jungs. Wir sind ja die Motion entsprungen. Gerade so noch. Ey, das finde ich richtig toll. Wirklich. Das freut mich auch für dich einfach. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir kriegen dich da jetzt auch wieder hoch. Jetzt bleiben wir ganz ruhig. Ja. Jetzt booste mich mal bitte, Sola. Wirklich. Ja, ja, ja. Ich habe dir das Geld schon zu gut überwiesen. Wenn ich da jetzt noch spielen möchte, weiß ich nicht. Ich glaube, dann suche ich mir mal einen auf meiner Ego. Ich habe dir das Geld schon zu gut überwiesen. Was ist er hier? Hansa Rostock. Torwart. Torwart? Legende, Junge. Siehst du, siehst du die Torwärte? Die sind was ganz besonderes. Ich glaube, das ist auch der echte, oder? Ich denke schon, dass das der echte ist. Guck dich den Jungen an. Hier. Ich spiele es mit ihm, du Okio.